Sollen wir erst Frechstags-Duo gucken? Gucken wir jetzt erst Frechstags-Duo. Knossi trifft Unge im Supermarkt. Ist er Fleischer? Was ist das für eine Frage? Natürlich bin ich Fleischer. Das ist mein Beruf. Oh, wir müssen die Lautstärke da dauern lassen. Anhalten! Wir machen einen schönen Ausflug ins Supermarkt. Das wird einfach ein Megaspaß. Hallo? Wieso kriegst du das denn nicht hin? Muss ich alles selber machen? Die Pizza und der Bohnen aus Haferflocken auch mal eine ganz neue Meter auf ganz gesund. Dazu noch ganz gefährlich. Thunfischsalat mit Erdnuss-Sauci-Mosi. Reis-Blumenkohl-Basis. Sehr viele Garneli. Garnelis? Also die kommen auch sehr gefährlich. Die kommen auch sehr gefährlich. Boah, Freunde, vertraut mir die Apo-Eat-D-Burl-Cheese mit Double Beef und Triple Cheese. Aber auf ganz gefährliche Basis. Was? What the fuck? Nee, na? Knossi kenn ich. Du bist ein Süßer. YouTuber bei Kenny. Okay, also soll so der Supermarkt Penny darstellen. Okay. Sind das alles nur Audio-Auschnitte aus den Livestreams und aus den Videos? Das ist ja übel viel Arbeit. Da muss er ja hunderte Streams gespeichert aufgenommen haben und Videos rausgeschnitten haben. Das ist ja ganz krank. Alter. Na, war klar. Rolf möchte wieder das gute Rindfleisch. Wo hat der denn diese ganzen Audios her? Lol. Oh mein Gott, wie viel Arbeit machen sich denn die Jungs von Frechdags-Duo? Alter, ist das krank. Das Schweinefleisch nimmt er nicht. Ich nehme zu fettig. Rolf, was Verwöhnte ist als dich, habe ich auch nicht gesehen. Rolf, was Verwöhnte ist als dich, habe ich auch nicht gesehen. Der ist ein ganz netter. Wie heißt der? Unges. Der hat einen Bauernhof auf Madeira. Der rettet Hunde. Der für geringe Steuern auf die Insel gegangen ist. Dem nehmen sie es nicht ab. Sein komplettes Vermögen wie bei mir. Das ist nicht mal der Schlauer. Ich pfeffer mir erstmal Toffi-Fee rein. Ich habe mir so eine Fünferpackung im Spar-Abo geholt. Guckt euch meine Videos an, wie ich das in mich reinstopfe. Sparfuchs, nicht schlecht. Ich kann nicht mehr. Baby-Kretan-Suin-Kekasi-Was-Eta-Tuna. Baby-Kretan-Suin-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na. Hupala. Lass ihn doch machen. Wer sich da aufregt, der soll auch mal wirklich, man muss auch mal Humor verstehen. Du kleiner Arsch. Ja, du bist ein böser Junge. Aber ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, ob du zwölf bist oder zehn. Mutter! Was hat er, der Bub? Haben sie sich geärgert? Die ärgern mich. Die sind doppelsneidisch. Die ärgern mich. Die machen doch nur Spaß. Sag das nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Die Mutter von Klossi passt so gut in diesen Cartoon. Sag das nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Mach keinen Scheiß, okay? Richtig witzig. War ein geiler Clip. Na, der Drecksau, der Hugo. Der schneidet, wie er will. Guck! Äh, Bruder? Hey, hier ist Knossis Mutter. Das geht ja gar nicht, gell? Du Kek. Sorry, tut mir leid. Sorry, sorry. Wirklich, bitte, bitte. Ah, Manners. Sorry, sorry. Bitte, bitte. Dick ihm. Okay, das ist jetzt wie eine Fremdsprache. Ich versuche mich jetzt in den hinein zu versetzen. Das heißt auf Spanisch, warum meldest du dich nicht? Hm, weiß ich nicht, mein Lieber. Weiß ich nicht. Das sind die Jugendworte. Nein, 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 nein. Da gibt es hier gar nichts. Da wird erstmal an der Kokosnuss gesippt. Hm. Hahaha. Was ist das? Das sind alte Ausschnitte auch. Das muss so, oh mein Gott, wo haben die diese ganzen Clips her? Ah. Genau hier, BWL, Justus. Oh, jetzt so eine kleine patzige Antwort. Auf Wiedersehen. Und zwar haben einige versucht, mich zu triggern, indem die gesagt haben, ja, Digga, du hast keine Gardine. Du hast keine Gardine, wo bist du? Wo bist du? Wie viele Gesichter hast du? Du musst doch maximal broke sein, Föhre. Hahaha. Ich habe auch keine Gardine. Oh mein Gott, ist das Trivex? Wie sieht denn Trivex aus? Oh mein Gott, wie sieht denn Trivex aus? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Trivex. Der gefällt mir am besten bisher. Okay, so. Okay. Oh, mega, ist ja easy. Minus mal Plus. Gib Plus, oder? Mit der Klammer Punkt und Komma vor Strich. Wenn du ein drüber haust mit Plus mal Minus, Plus, 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 dann ist es Multiplikation. Bam. Kann nicht jeder verstehen. Ich muss es verstehen. Es ist auch nicht meine Wohnung. Das kann ich auch offen zugeben. Ich bin ja so mäßig auf Unterhase, sage ich mal. Was ist denn Unterhase mäßig? Hä, ist so mäßig Unterhase? Was ist denn das? Untermieter ist Unterhase. Das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Eine freshe, Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay? Hä? Wieso haut das hier jetzt so eine krasse Wohnung rein? Was ist denn jetzt? Was ist denn mit den Gardinen? Was ist denn jetzt das Aufgelöste? Ich bin nicht im Thema. Ich verstehe es nicht. Ist das laut? Ist das laut? Test, 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 test. Ich brauche sowas auch zu Hause. Könnt ihr meine Mutter hören? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Eins in den Chat, eins, eins in den Chat. Eins in den Chat, einfach. Die Mama ist einfach beste. Muss Mayday sagen. Max, hier ist Elevy. Hallo? Wer sind Sie? Hallo, ich bin dein Papa, Junge. Ach, das ist ein Zufall, oder? Das ist die Wahrheit. Hilfe! Hilfe! Scheiß Veganer-Sau. Scheiß Veganer-Sau. Ey, du Veganer-Sau. Ich einfach im Real Life. Schon Inzimos aktiviert? Einfach in der Fleischding alle wegtreuen. Hallo, ich heiße Klaus und bin ein Metzger und möchte dich schlachten. Das ist einfach real. Ich mache das wirklich so. Spaß. Jens Knossi Knossi Knossala, du bist dabei. Du kannst gern dich allein aussetzen lassen und zeigen, was du drauf hast. Ist gefixt, ne? Ja. Ich habe gesagt, ich mache mal mit. So einfach dieses Jahr. Für Kinder. Ich will nicht, dass ein Krokodil mich weiß. Ich wusste ja auch noch nicht. Ich dachte ein bisschen Schweden. Weißt du, was ich meine? Das ist große Scheiße. Ich bin allein. Ich habe nicht mal einen Papagei, der mit mir spricht. Wer spricht denn mit mir? Außer der Gesang der Wellen. Eine Schlange, guck mal die große Schlange an. Wie groß ist denn die? Ist das eine Canaconda? Einfach stillhalten. Sind sie eine Würgeschlange? Vielleicht findest du ein paar Bananen. Dann ess halt, was weiß ich, Kokosnuss. Ja, stimmt. Ja, aber wie komme ich hoch? Ich kann ja nicht auf den Baum klettern. Ich muss warten, dass eine runterfällt. Es sterben mehr Menschen jährlich durch herabfallende Kokosnüsse als durch Haiangriffe. Vorsicht, Knossi. Vorsicht. War eine dumme Idee. Zeig mal deinen Range Rover oder zeig mal deinen Mercedes. Warum soll ich jetzt irgendwas zeigen? Nimmt es mir nicht übel, aber spätestens da merkt man noch, dass das nicht sein Wagen sein kann. Das ist nicht sein Auto. So argumentiert keiner, dessen Leben daraus besteht, die ganze Zeit zu flexen. Der stellt sich vor irgendwelche Autos und sagt, das sind seine. Dann kann der kein Range Rover. Ich weiß nicht, wie er das macht. Wie der Trivix alleine irgendwo steht und alle so einfach nur so sich denken, was labert er. Aber das geht ja gar nicht. Digga, warum sollte ich jetzt was zeigen? Ja, warum hast du es denn 18 Jahre davor gezeigt? Ja, ich habe gesagt, der wird umgebaut. Schwarze Elemente werden auf Corbon umgesneakt. Schwarze Teile werden auch auf Corbon umgesneakt. Ja, ganz bestimmt. Ich nehme mir nichts, was günstiges, ey. Es ist klasse. Er ist so triggert. So ein Range Rover pissig. So ein Range Rover pissig. Oh nein. Cool. Okay, dann machen wir das bald wieder. Lass gerne ein Follow da auf YouTube. Meinung sehr gerne zu den Lachern in die Kommentare. Habt ihr auch gelacht? Bei welchen Clips habt ihr euch zerlegt? Ja, war schon gut. War schon sehr lachen. Das war das erste Video, was ich von denen geguckt habe. Ich weiß, die hatten schon mal mehr Videos. Auf jeden Fall mit Knossi und Monta hatten die mal was. Das haben wir auch schon mal vorgeschlagen bekommen. Das war das erste Video, was ich geguckt habe. Und fand ich sehr gut. Digga, es waren acht, also wir haben sieben Minuten guckt, kam mir vor wie zwei Minuten. Das ging so, das ging so schnell vorbei, die Zeit. Krank. Tschüss. Noch ein paar kurze Worte von uns. Hallo. Dass wir in so kurzer Zeit so viele Leute erreichten, hätten wir wirklich nicht gedacht. Dafür wollen wir einfach mal Danke sagen. Wir werden weiter in unsere ganze Energie und Freizeit hier reinstecken. Falls jemand von euch nach Möglichkeiten sucht, uns dabei zu unterstützen, kann er das ab jetzt unten auf den Thanks-Button. Ciao, ciao. Da werden wir auf jeden Fall die anderen Videos noch nachholen. Da werden wir auf jeden Fall die anderen Videos noch nachholen.